hey leute und willkommen hier zu einem kleinen video seinesmal und zwar ihr könnt in der beschreibung abstimmen was ihr dem mix sehen wollt wenn überhaupt noch aktive sind auf diesem kanal hier und ja also es wird mir freuen wenn ihr abstimmen würdet weil ich habe echt lust wieder etwas zu bringen ja also viel spaß und stimmt ab